Ja, bisschen weg von der Base, nicht, dass es so... Hinter uns, hinter uns, oben, 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 oben! Was? Jo, meine Güte, willkommen zu einer Folge of Bloody Beach. Es sind wieder voll viele auf dem Server. Alter Schwede. Es sind wieder voll viele auf dem Server. Und Alex und ich haben gerade beschlossen, wir drehen mal direkt wieder um. Mir ist übrigens gerade, während wir eine Pause gemacht haben, etwas eingefallen oder aufgefallen. Ich glaube, ich weiß, warum das Weizen gewachsen ist. Na? Und zwar wegen dem Hund. Eigentlich sind wir auch total behindert. Wir sammeln immer so ein Stack Weizen, gehen dann zum Spawn, holen uns ein Tier und gehen wieder zurück. Anstatt, dass wir einfach mal ordentlich farmen, weißt du? Ja, dann... Oder wir kommen, dann gehen wir jetzt ganz schnell zurück, machen unsere Farben so groß es geht. Und... Ja, komm, dann lass uns aber ganz schnell weg hier. Weil wenn uns irgendwer sieht, dann sieht er uns... Aber es dauert ja trotzdem dann ewig, bis wir... Ja, aber dann ist es, wenn der Hund da bleibt, dann wird das bis zum nächsten Mal ordentlich gewachsen sein. Und wenn uns irgendwer sieht, dann sieht er uns so oder so. Ob wir jetzt hier lang sprinten oder sneaken. Dann macht jetzt auch keinen großen Unterschied mehr. Dann müssen wir unserem Mann stehen. Gut, dann werden wir jetzt diese Folge nochmal richtig ordentlich farmen. Ist zwar ein bisschen scheiße, so kämpfen wäre schon cool, aber wir sind halt einfach viel zu chillig, Digga. Dann lass uns das so machen. Und nächstes Projekt machen wir dann bitte einen kompletten Plan, ja? Ja, einfach schneller. Okay. Wo müssen wir hin? Hier lang. Oh, look, hier sind noch zwei Steaks, ich hab' ich vergessen. Ich hab' sie eingesAcad. Und dann, ich hab... Oh, du Arsch. Okay, da hinten ist sie schon. Und schon wieder falsch gemacht? Oh, 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 oh! Jedes Mal lauf ich so falsch, Lloyd. Oh ohhhhhhhhh Ey, my mama no. Ohhhhhhhhh Digga, Mann. Würde einfach jetzt anderen телa. Dias brauchen. Endermann. Oh, ich hab ne Ender-Perle verwendet. Bist du so dumm. Komm, lass uns den holen. Welchen? Den Endermann hier. Scheiße auf dem jetzt. Nein. Ich will meine eine Ender-Perle wieder haben. Ok. Komm. Usha. Hallo? Digga. Ich hasse das Geräusch. Ich hasse es. Hallo. Hallo. ja er hat sich verpisst oh das Geräusch ja gut dann lass reingehen was ein Hurensohn so die größte Muschi der Welt gegen die wir gerade gekämpft haben und Belt warum sitzt der hier machst du ich will ihn zu mir holen komm Hundi komm mal her ja so dann lass uns die mal ein bisschen extensieren okay ich hab 5 ne in der Kiste in der Kiste ist definitiv noch was warte aber vergiss nicht die Beleuchtung hier bitte dranzulassen ja nicht das hä ich hab nichts gemacht alles gut äh hier sind die 14 Dirt wow damit kann man richtig viel lang was hast du jetzt wieder kaputt gemacht ne ich hab ausgesehen nur hier so ein Block geblast hä achso oh der ist was kaputt gegangen Marcel ja ne alles gut achja dat wird was mein Freund dat wird was ja sonst hol doch einfach nochmal ein bisschen Dreck du du sackst auf ja Digga ich hab Angst ja dann rufst du mich ganz einfach yo bist du da ich bin nicht gut dann ruf mich mal an ey sollte ich anrufen na man kriegen wir schon hin irgendwie ähm ich mach mir einfach eine Steinschaufel das müsste auch noch sein ja ich hab noch ein Dirt warte pass auf komm mal hier okay oh 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 das mal da rein das auch ach Diggi 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 ich weiß auch nicht was das hier wird das schaffen wir schon ich wollte Fackern machen wir hätten direkt am Anfang unsere Farm as much as possible machen müssen eigentlich schon, ja gut, aber wir haben ja keine Tipps bekommen warte, ich komm mit dir hoch ich hab, wo ist denn der Eimer? hast du die? ne, keine Ahnung ich hab den, ich lass die Base kurz offen, ne? ja genau, da kommen Leute und dann sind wir tot, alles klar als ob da jetzt jemand, ausgerechnet jetzt jemand reinläuft Digga, wo rennst du denn ganz hin, nur für Erde? ja, bisschen weg von der Base hinter uns, hinter uns, oben, oben, oben was? Digga was ist das so ne Scheiße, man das ist nicht witzig Herzinfarkt sein Vater, Digga das findet er wieder witzig aber wer ich mach das dann stehen wir als Rot, gell oh mi 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 ee, me mi mi mu bu mu abbi bi 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 di bi schalalalala das Ding ist, ich find halt auch in 15 Minuten schafft man einfach nicht viel ohne Witz ja doch schon ich hab übrigens 61, komm das muss reich ja das reicht doch dem, 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 dem nehm ich mal an ja machst du dann die Dingens wieder zu, die Base wieder zu und dann machen wir die Fahnen größer und dann ficken wir einfach alle mach die Base zu machen Alter ja Digga Digga, ich muss mal mein Scheiß Inventar clearn Alter das ist ja also... Alex, dann gib mir wenigstens den Dreck, dann gib mir alles, dann mach ich die Farm, gib mal her, ja, das fällt bestimmt nicht auf, wenn du die Blöcke da hinsetzt. Ja, einmal mit Profis, man. Ja, du, hier, hier, hier. Ja, ja, oh, ja, Kotz, oh, Kotz, wirk. Wie ich sie jetzt einfach wieder aufgesammelt hab, hier. Da liegen sie. Digga, bist du besoffen oder was ist los? Richtig Dulli, ey. Richtig Dulli am sein wie. Ach man, haben wir doch noch Eisen, hier haben wir ja gar nichts mehr. Mann. Ich hab noch 7 Eisen. Digga, kannst du die jetzt endlich mal aufsammeln, Mann. Du Scheitspetti, ey. Ganz ehrlich. Digga, diss,、「 ich mach noch ein paar Kisten, ey. Warum haben wir eigentlich unverarbeitetes Holz? Ach, Digga! Damit es weniger Platz wegnimmt, du Arsch! Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Warum playst der denn das? Ja, weil du hässliche Mongo-Gesicht bist, Junge. Ja, du, Alter. So, eins, zwei. Komm, wir mal schneller hier jetzt. Ach, Digga, ich eskalier gleich. Ich eskalier... Ich glaube, es hockt! Es hocht, meine Junge, es hocht. Ja, nicht. So. Rein, ja. Hä? Ain't my mama nooo! So, jetzt endlich mal hier, ey. Weg, weg. rein 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 mehr 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 Zaubererest Inventar. Ey, mein Mann, man. Gut, hier ist noch mal was fertig. Da können wir wieder playsen. Da ist auch was fertig playsen. Also wirklich arg viel Größe haben wir sie jetzt nicht gemacht. Ich bin ja noch am Bau, du hessige Missed-Geburt. Ja, bau schneller, Mann. Halt dein Maul, Junge. Verschaube jetzt auf Effizienz, los. Ich schick dein Mutter, Junge. Können wir nicht diesen Kack-Golem zu uns porten, Mann? Gib mal Slash-Golem ein, vielleicht funktioniert das ja. Wär witzig, gell? Das schwert der Hammer. Das wär so super. Ich mach mal ein bisschen Cleanstone, Digga. Ja, weil das ja auch so nötig ist, Junge. Mach das jetzt fertig. Danke für diesen guten Morgen. Danke für diesen... Warte, ist denn heute los? Singen wir hier schon Kirchen-Lieder oder was ist hier los? Ja klar, ja klar, Mann. Also ich muss sagen, es ist schon deutlich größer als das alte. Ja, das auf jeden Fall. Wir müssen irgendwie echt gucken, dass wir so schnell wie möglich Dingens hinkriegen. Ja, ich werd jetzt hier noch ein, zwei rein. Ja, also wir müssen eigentlich mit einer Ladung ungefähr... Er hat eine Ladung gesorgt. Ja, Digga, ich hau dir meine Ladung ins Gesicht. Uh, blububububu. Ich musste grad an. Wahrscheinlich lasse ich es eh wieder. Ich werde sowas von drin lassen, ey. Du willst nicht wissen, was ich gerade gemacht hab. Du kennst doch den Film Ted, ne? Ja, kenne ich. Ich muss grad an die Szene denken, wo er an der Kasse sitzt und sich die komische Handlotion da ins Gesicht spritzt. Ja, sowas in der Art habe ich gerade auch gemacht. Ich weiß. Mhm, Camper, Möb. Den Balcom kenne ich übrigens noch. Ja, ich auch. Ich weiß gar nicht, woher. Alter Schwede, es ist schon gut gigantisch geworden hier. Aber ich kann auch ein bisschen in die Richtung hier gehen. Aaaaah. Ey, mein Mama. Schreib einfach mal, ja, ja. Nein, schreib mal, fick deine Mutter, du hässlicher Hurensohn, du kleiner Bastard, Junge. Bipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Überhaupt Aber so bin ich halt Ab und an Sinnlos, dumm, schwachsinnig Dick Johnson kann glit Dick Johnson kann glit Penis, Penis, Fotze, Fotze Das waren noch Zeiten, Bruder So, hier ist auch nochmal einer fertig Jawoll, ja Also, wenn wir so weitermachen, sind wir auf jeden Fall in 20 Folgen fertig, mein Freund Ja, das sind so fast Auf jeden Fall, Alter Ist das schon noch Knochenmehl? Nö Ja, wir haben doch vorher ein Skelett getötet, vielleicht hat das was gebrobt, guck mal Ich hab ein Knochen im Inventar, sehe ich gerade Ja, ich wollte mal sagen, das reicht fürs ganze Feld, oder? Ein Knochen? Ja, Mann, warte Ja, klar Hier Wieviel kommt da raus? Ich glaube, drei oder so Ja, warte, pass auf, sieh mal genau zu Okay Dick Oh, ups, warte Pup, pup, pup Alter, jetzt hat er aber losgelegt, du Jetzt, jetzt können wir uns alles kaufen Da, war der Dier, Alter, da war der Dier, Junge, Junge, Junge Jetzt können wir uns alles kaufen, ey, alles Alles, alles kaufen Das Ding ist, ich bin immer, ich bin immer so einer, ich bin immer so auf Schönheit fixiert, dass die Base auch immer so schön und ordentlich aussieht, ne? Aber das lohnt hier gar nicht Ja Das ist aber, deswegen brauche ich halt immer so lang, ne? Ähm, hä? Ach, Charcoal und Coal, okay Dann packen wir die Coal nochmal weg, die Charcoal behalte ich So, das behalte ich, dann können wir die Die ganzen Steinblöcke nochmal wegpacken, das kann weg, davon würde ich gerne die Hälfte haben Das Holz kann zur Hälfte weg Warum? Warum pegelt dich das runter, wenn ich anfange zu reden? Ach, weiß ich doch nicht, dein Computer ist kaputt, Mann Ja, der ist richtig im Arsch, der ist total behindert in seinem Kopf drinnen In seinem Kopf drinnen raus, Alter Ohne Schwesne Schwesne, warum macht er denn so? Ich hab übrigens noch 15 Gold und 7 Eisen, mein kleiner schwarzer Freund Ach, hier kommen unsere schönen Tränke, ey Geil, oder? Schön mit Wasser abwerfen, ey, bespritzen Wir verwirren die, Alter, die rennen dann bestimmt weg, so Oh Gott, die haben Tränke Das wäre voll geil, wenn das funktioniert Ja, man sieht das aber Natürlich, dass man das sieht, ist mir schon klar, aber Hast du geschrieben? So, dann darf ich jetzt hier nochmal schöne Spitzhacke machen, weil meine fast gefickt ist Ja, boah Stell dir mal vor Mit oder ohne Bikini Das Projekt jetzt einfach Alex, komm mit, komm, komm, komm Lass uns, komm mit, Alex Ja, was denn? Komm, Skelette fahren Okay Aber ohne, ohne Socken So, hier ist direkt einer Nice Nice Wird das Werte Zombie Zwei sogar Perfetto, Perfetto, Perfetto Oh, Alter Digga, ich will die scheiße Gleich voll essen, ne? Ja, das hätte er auf jeden Fall was, ne, mein Freund Das sollte ich mir mal angewöhnen So nach zwei Jahren Minecraft-Spiel Da hinten sind noch zwei Da hinten sind noch zwei Zählen kann er auch nicht Drei Okay, links ist der dritte Du nachs Okay, warte, ich mach das hinter dir Man trifft den doch jetzt Hab ihn Ja gut, bis du da fertig bist Ja gut, bis du da fertig bist Hier Dicker, ich eskaliere gleich mit dem Scheiß-Fiel Drei Rücken Drei Du Drei 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 Halt, Alter, ich muss alles wieder wegschneiden Du Drei Drei Nackt, zerhackt und angekackt. Kannst du mich noch erinnern, Digga? Oh Gott, Alter, natürlich kann ich mich da noch dran erinnern. Das war die Borderlands-Pornonamen-Folge, Alter. Ja, die Challenge, ey. Wobei, da haben ja Leute was geschrieben, ne? Ja, nackt, zerhackt und angekackt, Alter. Alter, ich konnte nicht mehr, ey. Da ist einer! Ich krieg dich, du Sau! Okay. Gut. Das hat mein Schwert jetzt zur Hälfte gefickt. Ich nehme mal mein Steinschwert wieder. Ähm, ja, also irgendwie. Was haben wir denn jetzt? Ich habe drei Knochen, das heißt neun Mehl. Oh, Spinne? Ja, das sind zwei. Aber ich, Alex, wo bist du? Ich weiß nicht, hier auf dieser Plattform, wo wir gerade schon waren. Was ist denn das für eine... Jetzt aber mal ganz fein Spinnchen. So, Alex, Alter, wir dürfen, wir müssen aufhören, uns zu trennen. Ach komm, YOLO. Halt dein Maul. Okay, es sind eh nur noch Vacuum und Vendetta da. Ja, dann komm, lass mal in die Mitte gehen jetzt. Oh, da kommen sie wieder alle raus. Zurück, 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 zurück. Wir sagen gerade noch, so wie, oh Digga, lass erstmal ein bisschen Farmen noch. Okay, lass in die Mitte gehen. Digga, wie dumm. Lass doch jetzt nicht unseren Plan verwerfen. Ja, dann komm doch jetzt mal mit, man, du hässliche fette Sau, man. Ja, was willst du denn machen? Skelette. Okay. Oh, da ist er jetzt gespond. Ja, das war schon die ganze Zeit da, gell? Stell mal deine Ränder, das ist das höher, bitte. Ja, kannst du mal die Fresse halten? Danke. Was hast du mir eigentlich zu sagen, ja? Das geht nicht. Kannst du mal das Fleisch mit... Mach doch mal das Fleisch mit, Alter. Was für ein Fleisch, Mann? Was willst du denn? Scheiß auf den Scheiß-Drecks-Creeper hier, weg mit dir. Komm, los, geh Bahn nun. Da sind zwei Skelette, hier, den Zombie aus dem Weg schubsen. Hier, zack, zack und auf geht's. Digga, was ist das für eine Folge, Mann? Ja, lololololol. Das ist Sonntagnachmittag-Eskalation, Alter. Vor allem Nachmittag, wir haben so 21 Uhr. Ja, für mich ist das Morgen, Alter. Normalerweise stehe ich um die Uhrzeit auf dem Frühstücke. Du, hässlicher. Hier, nochmal noch, ich hab 18. Fucking, fucking Bone Meal. Wir brauchen mehr, mehr! Mehr, mehr, mehr! Gib's mehr, gib's mehr! Wir sind alle ein. Ab in die Mitte. Los, los! Bevor sie wieder kommen. Renn, renn! Los, Chance nutzen, Chance nutzen. Gleich kommen sie alle wieder. Dann stehen sechs Leute in der Mitte. Ja, moin! Jeeeeeeee! Wir haben auch jeden Moment. Weiß ich nicht. Wegen den Chickens. Vor allem wir hören jetzt die Folge genau da. auf wo sie alle entfangen haben. Oh geil. Essen, warum isch du eigentlich nie was? Alex, komm jetzt, wir gehen hier runter. Was will ich da? Ich hab grad beschlossen, wir werden hier runter gehen. Können wir da Spinnenweben-MLG machen? Geht das? Ja, Digga. Wie geht das auch hier? Komm einfach hier runter jetzt. Komm. Komm. Hier sind safe irgendwelche Leute. Hier ist safe irgendwo eine Base, Digga. Skelett. Ich habe ein Skelett, Mann. Zwei. Drei. Drei. Ich habe nur Angst vor dem scheiß Kreper, Alter. Ja, weg ist er. So, und jetzt. Oh, Alter, hier sind vier Skelette, Digga. Digga, was geht denn mit denen immer ab, Mann? Warum rennen die um mich rum? Was soll das? Ich finde das nicht nett. Tückenkreis, Tückenkreis. Jetzt kommt das schon wieder. Ich hatte es einmal drin, ne? Einmal habe ich es drin gelassen. Digga, ich bin gleich tot, Alex. So solltest du mal auf dein Leben achten? Ja, ich bin noch fast voll. Digga, ich habe drei Herzen gehabt. Bei mir gehts. So, ich habe nochmal vier Bone Meals. Warum ist hier eigentlich so ausgeleuchtet? Das finde ich sehr suspekt. Ja, hier ist safe in the Base, Digga. Safe in the Base. Mach mal den Render-Bug. Benutz den mal. Benutz den mal. Okay, warte. Ich drücke X. Schau mal, ob das echt funktioniert. Digga, du wärst so geflamed worden. So aus Versehen. Hier gerade aufs Durch ist noch was. Hier kommen zwei Zombies. Mach mal hell, Alter. Hier ist Eisen hinter dir, Mann. Ich fahr das mal ab. Ja, mach mal. Mach mal. Ich folge den. Ich folge der Spur. Hier Lava. Hier ist safe in the Base, Digga. Lass Obsidian abfahren. Ja, ich habe einen Wassereimer mit. Läuft. Habe ich nicht, habe ich nicht. Warte, das brauche ich. Oh, da geht was hoch. Ich... Und... Disconnect! Ja, genau. Ich kann mich nicht mal hochbauen. Freut mich, dass ihr da eingeschaltet habt, Leute. Topra ist wahrscheinlich noch auf dem Server am Verrecken. War eine witzige Folge. Ich schaue auf jeden Fall... Ich schaue auf jeden Fall mit den anderen Teilnehmern vorbei. Heute ist der zweite Advent, an dem wir das aufgenommen haben. Ja, du weißt, dass ich dich rausschneiden kann, ne? Ja, das weißt du. Oh, wie er mich jetzt mit meinen Mitteln schlagen will. Ey, ne, bitte bist du mit Morde rein. Tala! 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 Tala!